Wie ruft man euch? Rachmir Kuhlmann Von Wannet seid ihr AID? Von Wannet? Ein geborener Akovner Ein nehm ist Akovner? Ein geborener Akovner Und Tate Mame von Wannet? Er von Schanz Tate Mame? Ja, von Schanz Von Schanz Der Tate von Schanz und die Mame? Die Mame ist von Uckmerge Von Uckmerge? Willkommir Willkommir Und Schanz hat sich gerechnet auf besondere Städte? Oder Ateo von Kornen? Nur von Bricki Schanz Wer von Schanz, die Mame? Der Tate Wie hat ihr heissen, der Tate? Jekuschir Das erzählt von ihm ein bisschen Jekuschir Kuhlmann Mit was hat er sich vernommen für die Arbeit? Nun, das ruft sich an Astepper Das heißt Der eberste Teil von Schuch Ist er gewonnen Spezialist? Ich habe Becher Dernorden gearbeitet Ich habe gearbeitet von 46 bis 16 johr Und Fahre Ich bin geboren in 21 johr Das erzählt von euren kinder johr ein bisschen Die kinder johr Welche Gass Welche Schuh Welche Eben Schuhe frummen freien zianisten johr und freien zianisten johr und freien johr 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 und die johr und zwei johr mit welcher Schule hat er sich gelernt aus Ingarnen in Schanz war eine schwache Schule Ihr seid in Schanz als Schüler dort Wie hat die Schule geheißen? Die Schule hat keine Sache geheißen dort Ich war in einer privaten Stube nur zwei Klassen dort Von was hat man gelernt? Kleine Meises Wir haben gelernt lernen und schreiben auf Medik Wer gewinnt Lehrer? Das kenne ich nicht. In Kovne hat man gesagt Kovne oder Schanzer? Wir nehmen jetzt von Schanz Sie zergehren besonders ein bisschen? Das ist Leben Wachsau und von Wachsau folgt man zum Brick und dann folgt man Schanz Das hat geheißen Kovne oder Leben Kovne Das hat Griechen Schanzer ihr Molle Kio Und er von Schanzer Ja Schanzer Wir haben Was für eine Schule? Eine Grieche Schule steht noch ein Was für eine Schule Sie gewinnen? Erzähl Die Schule hat Neues Gebäude In Schanzer bis die vierte Mechine Bis die dritte Mechine Und dann hat man bestimmt lernen in Javne Das ist schön da in Stadt In Javne begann ich vier Mechines und habe sie gelernt in Tabus Was für eine Schule ihr gewinnt Javne? Javne das ist ein Gläubiger von Gläubiger Dort Ihr gedenkt etwas? Javne Die Schule steht noch ein Sie noch ein Dann da waren Männer Mokikla Da sind sehr schöne Gebäude hat sehr schöne Gebäude gemacht Und was sie gewinnen darunter steht nicht von Gläubiger Nein Tag muss das ist in gewinnen die Sowjetischen Seine Reihen Und dann noch Hebräisch Und dann noch Yiddisch Was ihr gelernt in der sowjetischen Tag oder was schon? No auch die Sprache die Arifmetik dort No a bisschen Literatur Wissenschaft Historie Geographie ungefähr wie ich sagen dort sie lernen in April bin ich 12 Jahre in im 49 April bin ich hier 12 Jahre also darum die Zeit ist einfach was gedenkt ihr Sonntag 22 Montag 23 24 Seine mit um Die Kinder früh Und Montag ein Seiger ist rein der Seide in Stub Kennt entdeckt und die Seine Und in 1908 waren wir alle von dem Stub und dann sind wir weg zum Barsal. Und in den Barsal haben sie sich reingesetzt, in eine Prostbahn. Und wenn sie sich gefahren auf Kedan und bei Kedan haben sie sich bombardiert. Das war zwölf. Das war sehr heißer Tag, denke ich. Mit schönen und geheimen Hagen in den? Im Waggon haben wir sie gehabt, einen mal gehageten. Wer hat denn gehaget? Wir hatten uns ein paar Schossen von oben. Und Kedan haben wir uns ein paar Schossen von unten nach. Wer von unten? Die schönen Menschen. Wer ist das? Lach? Das waren die Waldmenschen. Sie haben sich zugegreden. Das waren die weißen Ohrenbändler. Ich weiß nicht, wer das gewinnt. Nur die Peelen, als sie sind gegangen in Peelen, die Milchome ist in Dortmund gewinnt, Herr Riege ist dort in 1931 Jahren. Sie haben sich zugegreden. Wer? Wer? Nationalisten, Antisemiten, wer hat das gewinnt? Die schönen Menschen. Aber wer sind die schönen Menschen? Faschisten? Lokale? Hige? Nur, dass sie gewinnen, die bitwischen Nationalisten. Mehr reden will ich nicht. Aber dass sie gewinnen anders von den weißen Ohrenbändlern? Sicher? Sicher. Aber dass sie gewinnen! Also das gewinnen ist... Aber das gewinnen war zu ihm. Aber für ein gewinnen ist... Genau! Ja, sicher! Das ist gewinnen und gewinnen. Das ist ein Rhein, ein Donnerstück in oben. Ihr wollt etwas da machen wegen der Mamen, Vater, mir kommen? Wie hat geheißen eure Mame? Eppes wegen der Mame vom Vater, mir kommen. Die Mame hat geheißen Söre-Hinde. Und wo ist sie geboren geworden, Söre-Hinde? Söre-Hinde geboren, wo ihr willkommen hier. Wir gewinnen die Familie bei ihr? Nein, nein. Nicht in Willkommir. Sie geboren geworden, leben Willne, dort in Kasokischke. Ein Dorf, verruf zu haben, in Kasokischke. Leben Willne? Die Dorf, die Sitzte dort, hat man gemacht. Dem Schukschlinas, dem Stottischen. Dort hat gelegt ihr Tate, mit einem Bruder, mit zwei Brüdern. Mit was hat sich vernommen die Mischpoche? Die Frau hat gelegt, wie wir ihn mit dem Bruder, mit einem Bruder, mit einem Bruder. Ich bin ein Dorf. 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 Meine Schwester ist geboren geworden, in 1912. Und sie ist gestorben in Israel in 2012. Sie lebt genau 100 Jahre. Sie sind 200 Jahre alt und haben ein Wälder. Er wird noch etwas erzählen, in Jüdischen Leben von Pfarr dem Melchome. Wenn ihr sagt, dass Sie ein kleiner und keringer leben. Na, was kann ich sagen über Jüdischen Leben kann ich auch keinen sagen, denn wer weiß doch. Sie müssen uns hier verraten, was Schallmann des Reiche. Sie müssen hier aussehen, wie Schallmann der Reiche. Schallmann der Reiche ist schallmann und das Schallmann des Reiche ist schallmann. Deswegen müssen Sie sich selbst anschauen. An有一 Tag von Reiche ist eine Schallmann. Well, das ist eine Schallmann. Wenn die Kaisarme stehen, dann wird sie übergebeugt. Und die Zeit ist weg. Sie denken, ob es von Dauwnen oder von Singen von Amor, von den Englern? Die Rappen haben mich gewonnen. Welche? Sie haben einen Rappen, der nicht mehr wunderschön ist. Die nicht mehr wunderschön ist. Dauwnen ist ein Leben langsamer und ich hoffe, dass ich Dauwnen als Dink. Ihr kennt ein bisschen Dauwnen, Sitzter? Sitzter, ich bin ein Zeitpunkt gegangen in die Schule. Die Memes und die Jahre, ich kriege Duch noch. Ich weiß, ich verstehe ein bisschen was Dauwneich. Ich weiß, was ich sage. Ich leue noch Sitzter, was ich sage. Ich weiß, was ich sage. Ich sehe, das ist sehr interessant. Ich habe das sehr interessant. Ich habe das sehr interessant. Ich habe das sehr interessant. weil ich Dauwnen und dafür bin ich an. Ja. Nein. Du recherchst Gott, die Menschen die Kirchen. Aber ich habe das sehr interessant. Ich suite الم lenkt���ft. Die Kirchen, der ich gehönt, hätte ich dort mehr. Nein. Ich bin sehr gespannt, aber in Polen. In Schanz war die Kriege und Malle gerät Peileisch, praktisch. Mehr Peileisch oder mehr Litwisch? Peileisch. In Schanz mehr Peileisch. Der Arbeit der Roten Allgemein gerät Peileisch. In Schanz. In Litwisch ist es nicht geheir. Sie gewinnen als auch Polen, umgelebt, sie gewinnen, andere gewinnen. Ein paar Wenzelhofen, die wir dann sagen. Ich weiß nicht, in der Tat der Meiner hat gesagt, wie ich habe gesagt, dass er vernommen macht, dem Eibachste Teil von Schuhen. Der Eibachste Teil von Schuhen. Die Schuhen von Ashton. Ihr könnt weisen, welchen Teil von Schuhen? Dem Eibachste Teil. Noch einmal? Ja. Der Eibachste Teil durchruft sich von der Steppe. Und dort liegt mir in einer Ballabos, Gutmann. Die Stücke steht noch ein Tischanz. Und es hat der Tat rausgelehrt beim Arbe, bei dem Gutmann. Und der Tat hat mir rausgelehrt, in der 46. Jahrhabe, in der Meisterskaya. Der Tat hat in meiner Frieh, Frieh, abgestorben. Er bin geboren im vierten Jahr und gestorben im 54. Jahrhabe. Jung, jung. Junger Welt. Das ist ein Arbeiter von Griechen. Die Zeit ist errichtet. Was noch gedenkt er von Schanz, von Vater mal komme? Wie ruft man euch eier voller Nomen heim? Mein Nomen? Ja. Und die Familie? Kulmann. Und auf Litwisch? Selber gesagt? Rachmelis Kulmannas. Nur meinen Namen will ich nicht. Ich soll damit tun, wo ich es schreibe. Ich darf nicht schreiben meinen Namen. Gut. Weil ihr, wenn du weißt, ich lebe, sie ist ein, unser Schrein im Sein nicht gefeiertes Mensch. Wegen ihm... Wie ist heimt, Afille? Wie? Afille heimt. Heimt dort sehr wenig ihm. Sehr winzig heimt ihm. Leider. Auf dem Beschein liegen alle ihm. Gewände liegen dort nicht. Als ihr gehe auf dem Beschein, kommt dort mit Taten, die Mamen. Und da unten liegen zwei, die Bobes Brüder. Und dann... Und dann... Sehr rassach ihnen. Und die Schrein im Heimpazien nicht den ganzen Gruppen? Nein, die Schrein im Heimpazien. Wenn die Schrein im Heimpazien im Heimpazien, Ist das nicht so gut? Sie müssen jetzt nicht sagen. Das ist ein ganzes Mensch. Ich muss nicht sagen. Ich sage es, ich sage es, dass wir nicht ein Mensch. Ich sage es, Ich habe gar mit mir in der Schreinland. Ich habe gar mit mir kein Gehresen. Mit der Schreinland, mit der Schreinland, mit der Schreinland. also warum er hat mir wo sie sich heute gelernt und ohne Menschen gewöhnt für ein Jahr 88 Jahre darf man verstehen allein nicht ihr sollt sein gesund und gewöhnt bis 120 Jahre gute Jahre von gesund ich bin zahlemen zelbe kinder schalom 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 Mir ist es schon vierer Segel.